Herzlich Willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ihr habt sicher schon in der Überschrift gelesen, das Ganze heißt Zappi's Giveaway und ist nichts anderes als ein kleines Gewinnspiel für meine Abonnenten oder die, die es noch werden wollen. Zwinker, Zwinker. Und dieses Format wird es jetzt des Öfteren mal geben, immer zwischendurch. Es gibt keine festen Zeiten, wann das kommt. Es kommt immer mal wieder. Deswegen steht da auch Folge 1, denn es werden ja noch ein paar kommen. Außerdem steht unten in der Beschreibung, was ihr genau machen müsst, um beim Gewinnspiel mitzumachen, damit ich das nicht jedes Mal für jedes Video neu erklären muss. Aber jetzt beim ersten Video erkläre ich das selbstverständlich. Und die Regelung ist auch eigentlich ganz simpel. Ihr braucht dieses Video nur zu kommentieren. Nichts weiter, ihr müsst es nicht liken. Wäre aber gut, wenn ihr es macht. Ihr müsst auch nicht mich abonnieren, um dabei mitzumachen. Aber wäre natürlich auch super, wenn ihr das macht. Aber bitte nur, wenn ihr auch wirklich Interesse an den anderen Videos, an den Let's Plays, News oder sonst was habt. Denn ansonsten ist meine Abo-Box voller toter Abonnenten und das will ja keiner. Außerdem wird es so sein, sobald die Folge online ist von Zappys Giveaway, habt ihr eine Woche Zeit mitzumachen. Das bedeutet, wenn die Folge an einem Samstag kommt, habt ihr bis zum nächsten Samstag 18 Uhr Zeit, einen Kommentar zu schreiben, damit ihr mitmachen könnt. Ausgelost wird, wie gewohnt, in einem Random-Verfahren. Es gibt da so hübsche Seiten im Internet, wo man einfach draufklickt, die Namen eingibt, nochmal draufklickt und dann wird dir ein Name oben angezeigt. Derjenige hat dann gewonnen. Das Ganze nennt sich, glaube ich, Random Org oder so. Da muss ich nochmal gucken. Habt die Seite schon einmal benutzt dafür und die funktioniert ganz gut. Aber ich will auch nicht zu lange schwafeln. Das Ganze steht auch unten in der Beschreibung nochmal, wie das Losverfahren abläuft. Ich möchte jetzt auch zum Punkt kommen, denn natürlich wollt ihr wissen, was es zu gewinnen gibt. Dieses Mal bei Zappys Giveaway für die erste Folge ist es Black Soul, die Extended Edition, ein Steam-Code dafür könnt ihr bei mir gewinnen. Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, könnt ihr einfach mal mitmachen. Ihr solltet allerdings natürlich Steam besitzen, damit ihr das Ganze auch aktivieren könnt. Auch Informationen zum Gewinn stehen unten in der Beschreibung, was Sprachen angeht oder Systemvoraussetzungen, damit ihr auch wisst, ob ihr das überhaupt spielen könnt. Ich werde auch in jedem weiteren Zappys Giveaway Video dieses Video hier verlinken, damit man die Regelung auch nochmal persönlich hören kann. Dann habe ich auch nichts weiter zu sagen als viel Glück an diejenigen, die teilnehmen. Ich hoffe, die Teilnehmerliste wird reichlich lang werden, denn dann macht das Ganze doch viel mehr Spaß. Ich sage Ringehauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.